Ich bin sicher, dass jeder einzelne Aussteller einen großartigen Beitrag leistet und ich glaube eigentlich das Highlight an sich ist die Veranstaltung. Ich glaube wirklich, wir sind einfach eine nette Outdoor-Location, die etwas besonderes ist, weil sie bei jedem Wetter funktioniert. Man hat immer eine tolles Ambiente, man muss nicht in einem weißen Saal sitzen, wo man anpickt und irgendwie ganz viel Deko braucht. Also man hat einfach das natürliche Ambiente. Am liebes Tag präsentiere ich mein eigenes Unternehmen, sprich SOE bei Inge Zäcker. Ich entwerfe Brautkleider nach Maas. Die Braut kommt mit ihrer eigenen Vorstellung zu mir und wir setzen dann gemeinsam ihr Traumkleid um. Oder sie kann auch aus der Kollektion meiner Kleider wählen und sich für den schönsten Tag im Leben beraten lassen. Ich repräsentiere Headpieces und Brautstreuße, also Brooch-Bouquets. Das sind in Österreich noch eher neu. Das sind Streuße aus ungewöhnlichen Materialien wie Boschen, Knöpfen, Pompoms, Buttons, alles was dann uns einfällt. Auch beim Liebestag geht es sehr stark um das Detail. Das ist etwas, was wir in der Lingeria Macchiato auch wirklich in den Vordergrund drücken. Diese Liebe zum Detail, diese Liebe sozusagen zu der speziellen Lösung. So wie hier am Liebestag, wo Individualität und Exklusivität im Vordergrund stehen, haben auch wir in unserem Geschäft eben Dinge, die man sehr stark anpassen kann an das eigene, wie man es halt möchte. Ich arbeite in einem Familienbetrieb bei meinen Eltern und es ist jedes Mal eine Herausforderung, Bräute zu stylen. Es macht schon Spaß, auch mit den Kunden drüber zu reden und weil dadurch, dass es ein Online-Shop ist, hat man eigentlich sehr viel online mit den Kunden zu tun und eben am Liebestag. Das gibt einem die Möglichkeit, so direkt mit den Kunden zu reden über ihre Hochzeit, was sie planen. Die Brautpaare, die hier herkommen, sind qualitätsbewusst. Ich bin der Cake Shop und mein Name ist Christina Schleert. Der Cake Shop macht Torten, Cake Pops, Cupcakes, Mini-Google-Hups, also alles was es an süßen Dingen für die Torte gibt. Es ist einfach wunderschön, die Liebe zwischen zwei Menschen festzuhalten in Erinnerungen, die sie ein ganzes Leben lang haben. Also ich heirate heuer selber und mir ist Fotografie total wichtig und ich finde es einfach schön, wenn man dann später auf diese besonderen Momente wieder zurückblicken kann und der Tag, ja, fängt wieder zum Leben an.